Meine Organe, meine Emotionen. Ein Freistunde-Podcast. Gemeinsam bilden diese Strukturen dein sogenanntes Außenohr. Die Schwingungen des Trommelfells übertragen den Schall der unterschiedlichsten Töne auf dein Mittelohr. Hier befinden sich drei kleine Gehörknöchelchen. Aufgrund ihrer Form werden sie als Hammer, Amboss und Steigbügel bezeichnet. Sie wiederum leiten den Schall ins Innenohr, welches schneckenförmig aufgebaut ist. Im Innenohr sitzen die eigentlichen Gehörsinneszellen, rund 15.000 Stück. Über deren unterschiedliche Reizung erreichen die Geräuschinformationen dein Gehirn, wo deine auditive Wahrnehmung in der Großhirnrinde im Temporallappen verarbeitet wird. Dieser Gehirnbereich befindet sich ziemlich genau auf Ohrenhöhe in deinem Kopf. Dabei werden die aktuellen Geräusche im Gehirn mit bereits gespeicherten Erfahrungen abgeglichen. Und da wir zwei Ohren haben, können wir Menschen auch räumlich hören. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Gehörsinn befindet sich auch dein Gleichgewichtssinn. Drei kleine knöcherne Bogengänge beinhalten Flüssigkeit, die je nach Körperbewegung die Reizung unterschiedlicher Gleichgewichtssinneszellen verursacht. Sie leiten die Informationen, in welcher räumlichen Lage du dich gerade befindest, an dein Gehirn weiter. Ohne Gleichgewichtssinn könntest du nämlich nicht gerade gehen und du wüsstest auch nicht, wo oben und unten ist. Wird dein Gleichgewichtssinn zum Beispiel durch eine virale Infektion beeinträchtigt, würde dir schwindelig werden. Auch die Ohren können Probleme machen. Sie können sich zum Beispiel entzünden. Während sich Entzündungen bei Erwachsenen häufiger im Gehörgang finden, kommt es bei Kindern vor allem zu Mittelohrentzündungen. Man nennt das auch Otitis media. Hört ein Mensch zu wenig, ist er schwerhörig oder gar taub. Bei plötzlichem Hörverlust sprechen wir von einem Hörsturz. Hören wir Geräusche, die eigentlich gar nicht da sind, wie ein Brummen, Pfeifen oder Klingen, nennen wir das Ohrgeräusche oder Tinnitus. Es ist im höheren Lebensalter eine regelrechte Volkskrankheit geworden. Dem können zum Beispiel chronische Kiefergelenks oder Nackenverspannungen zugrunde liegen. Oder die Durchblutung der die Sinneszellen versorgenden kleinsten Blutgefäße ist nicht mehr so gut. Du siehst, für gutes Hören sind körperliche Entspannung und eine gute Durchblutung sehr wichtig. In der Regel denkst du gar nicht darüber nach, was du hörst. Dabei haben Geräusche wie Musik, aber auch Lärm und vor allem das gesprochene Wort einen großen Einfluss auf dein Bewusstsein, vor allem auf dein Unterbewusstsein. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was du gerne hörst oder welche Geräusche dir unangenehm sind? Was kannst du im übertragenen Sinne nicht mehr hören? Die Organsprache gibt darüber Ausschluss, wie eng unser Gehör mit der Psyche verbunden ist. Kennst du Sprüche wie, wer nicht hören will, muss fühlen oder zu viel um die Ohren haben oder eins auf die Ohren bekommen oder gehorsam leisten? Schon beim Lesen oder Hören solcher Worte entsteht irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Am besten gleich einmal tief durchschnaufen und dich bewusst wieder entspannen. In der traditionellen chinesischen Medizin ist der Gehörsinn dem Nierenfunktionskreislauf und somit dem Wasserelement und dem Wind dazu geordnet. Die Hauptaktivität wird mit 17 bis 19 Uhr angegeben. In dieser Zeit tut deinen Ohren Ruhe besonders gut, so wie der Winter generell eine Phase des Rückzugs und des Kräftesammelns ist. Denn auch deine Ohren wollen regelmäßige Erholungszeiten. Hilfreich ist daher, dir zum Beispiel folgende Fragen zu stellen. An welchen Orten und zu welchen Gelegenheiten sind deine ganz persönlichen Momente der Stille? Wann kannst du somit in Ruhe am besten verarbeiten, was dir zu Ohren gekommen ist? Und mit wem kannst du es besprechen? Ist die Geräuschkulisse in deinem Umfeld dauerhaft zu laut oder hörst du wiederholt Worte, die dir nicht gut tun, schlägt sich das nicht nur auf deine Ohren, sondern auch auf dein Gemüt. Du reagierst zum Beispiel gereizt, bist innerlich angespannt oder es macht dich gar ärgerlich, traurig, unsicher oder ängstlich. Je nachdem natürlich, worum es geht. In der traditionellen chinesischen Medizin sind die Ohren, wie gesagt, dem Nierenfunktionskreislauf zugeordnet, ferner auch die Emotion Angst sowie die Willenskraft. Es gehört Mut dazu, auch mal den Gehorsam zu verweigern, wenn sich etwas für dich herzensmäßig nicht richtig anfühlt. Es gilt, Kräfte zu sammeln, um durchzusetzen, was uns wirklich wichtig ist. Und vor allem auch der inneren Stimme unseres Herzens zu folgen. Während du deine Augen bewusst schließen kannst, ist das bei deinen Ohren nicht möglich. Daher ist wichtig, immer wieder ruhige Orte aufzusuchen und bewusst zu wählen, was du gerne hörst, was wiederum auch deine Nieren stärkt. Und in diesen ruhigen Momenten kannst du nun auch leichter deiner inneren Stimme lauschen. Denn sie ist zart und leise und drängt sich dir nicht auf. Daher wird sie gerne überhört oder übergangen, obwohl sie doch so voller Weisheit ist. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass dein innerer Lärm, also deine Gedanken, dir in Ruhe erst so richtig bewusst werden, also wie viele Gedanken dir ständig im Kopf herum schwirren oder auch welche Gefühle dich belasten? Um deine Gedankenaktivität und Gefühle zu beruhigen, kannst du zum Beispiel folgende Übung machen. Nimm dir einige Minuten Zeit, wo du ungestört bist. Nimm eine angenehme Sitz- oder Liegeposition ein und schließe deine Augen. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Entspanne dich. Frage dich dann, was wird mein nächster Gedanke sein? Und warte geduldig, bis er sich zeigt. Ungefähr so, wie die Katze vor dem Mauseloch sitzt und wartet, bis das Mäuschen auftaucht. Es geht dabei nicht so sehr darum, welcher Gedanke auftaucht, sondern um die Zeit, die vergeht, bis dir der nächste Gedanke bewusst wird. Diese kurzen Momente sind nämlich gedankenfrei und sie führen dich in deine innere Stille. Dieser innere Raum ist für dich und deinen Organismus überaus erholsam und inspirierend. Frage dich im Rahmen dieser kurzen Übung immer wieder, was dein nächster Gedanke sein wird. Automatisch lauscht du dadurch deinem Inneren. Wenn du die Übung beendest, lass es sie noch ein wenig in Ruhe nachwirken und nimm den Unterschied wahr, wie hast du dich zu Beginn gefühlt und wie geht es dir jetzt im Nachgang der Selbstwahrnehmung. Wenn du diese Übung eine Zeit lang täglich machst, wirst du von Tag zu Tag innerlich ruhiger, bewusster und klarer. Es lohnt sich also. In Ruhe kannst du nicht nur dir selbst, sondern auch anderen Menschen aufmerksamer zuhören. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass deine zwischenmenschlichen Begegnungen intensiver sind und ihr euch einander schneller nahe fühlt, wenn du innerlich ruhig bist und es auch im Idealfall im Hintergrund nicht zu laut ist, dann bist du nämlich weniger abgelenkt. Daher kannst du in Ruhe oder mit Hilfe beruhigender Musik auch besser lernen und arbeiten. Ich wünsche dir von Herzen ein angenehmes Hinhören und bewusstes Lauschen, außerdem, dass du achtsam damit umgehst, was dir zu Ohren kommt. Herzlichst, deine Katharina Schmid.